Oh oh Big damage Ah geil, er gibt mir das Draff ein Auge Nice Nee gut, Charles Ich rekrutier mal für uns eine Stelic Ja, daran machen wir das jetzt fest Von mir aus Don't care, I like the greens Wichtig wird nur mein Co-Tank Was willst du da am liebsten? Warrior? Viera Ach so, da Oh my god, ja gut Die steht ja im ganzen Tag neben dir da Yes Klingt gut Was es dann ist, ist mir wurscht Aber wahrscheinlich sind Warrior Ich habe ein spezielles Set of Tanks Das müssen wir mit Was? Alter, das fühl ich blödähig Ich bin jetzt echt auf Level 80, aber ich habe noch keine neuen Spells Vielleicht die klasse gewährleistet, die ich auf Tabern hätte Bestimmt, ich habe auch keine Spells Lol So Trash Naja, wir leveln hier ja auch Thank fuck Wir haben übrigens immer noch nicht einen Stormblood, diesen einen Palace of the Dead scheiß gemacht Ah, Frontwissen Find's ein Stormblood? Ah ja, da gibt's auch einen Ja So, nächstes Fate, let's go Nächstes Fate, ja Wo ist es? Ich lauf mal weiter in die Richtung hier Der Chip ist ein Braut? Ja Ah, das sieht noch Fate aus Nichts als Schrott Let's go Ja Come to me, Robots Ich hoffe, du wächst jetzt ein Tanks denn No, alles gut Let's come a tank Oh, weißt du was hier noch geil wär im Limit Freak Stimmt Boah, wäre das geil Das ist noch irgendjemand, aber ich kann den nicht identifizieren Das Murail Verlebende Schild Ja Oh 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 Ich kann mich nicht mal abspornen Ich kann mich nicht mal abspornen Ich kann mich nicht mal abspornen Ich soll überhaupt kein Schaden sagen Ja Ja Das ist weil ich strong Strong wie Gronkh Oh Fat wie Gronkh Ja Immerhin nicht so fat wie Jesse Cock Jesse Cock blockt Der hat ein Video mit JP McDonald Ähm Yoshi P Yoshi P Interview HZ Was ich Yoshi P auch gedacht habe Ja White to Pigo go home White to Pigo Ja, bei JP McDonald auf jeden Fall Nimrod Mit 300 Das reicht jetzt eigentlich für den nächsten Mal Na warte, wir müssen Nimrod noch töten Oh Coward hier Fuck out of here So Kann ich mich einfach zurückporten Nee Trash Ah Es gibt einen Eteriten aber Ja Ist useless Kann man nutzen Ja, aber meinst wie großes Gebiet hier noch wird eh Holy fuck Erster Weltkrieg Ich bin zufrieden Die Gräben Erster Weltkrieg Schön Ja Erinnert mich an Kriegskorps Kriegskorps. The best boys of the Imperium. Hier gibt's bestimmt auch sehr feines Glamour. Genau in diese Richtung. Dann mach ich mir einen Maschinist. Fahr mit den Schicks zusammen. Maschinist, und dann schlägst du Leute mit einer Shovel. Ja, dann halt ein Dark Knight mit einer Schaufel. Jetzt sind wir drei. Ja. Wir brauchen ja noch viel mehr. Charles ist immer noch Number One. I don't think Charles understands. Ah, das steht aber da. Front Splitter. Ja wohl, er ist nicht checkt. Ah, thank fuck. Das ist nicht ein Idiot. Gut. Recruited. Recruited. Das ist der Idiot-Check. Der Balltest. Der Balltest. Der Balltest. Das ist der nächste Quest. Oh, da ist die nächste Quest. Ah, wir werden schon schaffen. Ist der strong. Independent. Ja, also der vorne ist in Fate. please do you want to wait a little zumindest he's a potential customer customer has the coffee oh no, this fate is weak verdammt wir brauchen richtig viele fades, oder nicht? yup a lot is this a fucking shithole here you're a boss, you're a ulm beat for group fades an ulm that's really an ulm nela power level 17 yeah ulm that's the top of the world oh, should I load it again? if you want i mean, makes sense that's why land here is that's not rude man no fuck no 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 Ich appreciate deine... deine Initiative. Oh, das ist voll gut. Das ist halt appreciate. Ja? Okay. Piu! Level up! Seelenstärke hab ich bekommen. Wow. Level up! Was ist denn Seelenstärke? Du führst an der LL. Oh, naja, au, eh! Wo bist du denn? Nach den LL-Power kommt es zu uns runter. Der vierte Job, den ihr hier lebt. Bro. Fancy. Ritokun, where are you? Wenn wir jetzt ins nächste Gebiet gehen, dann kommen die harten Sachen, ne? Weiß ich nicht. Aber wir kommen gar nicht durch. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht durch, ne? Nee. Die ist im Fernseher drin. Hahahaha. Hä? Echt? Ich will auch das Fernseher-Mount haben. Wie zum Fernseher denn? Ja. Wie lange sind diese Tage? Vier Stunden oder zwölf Stunden? Hahahaha. Genau. Ah, hier. Hinteraus. Gut. Gerade aufgeploppt. Good choice. Reagiert auch schnell. Mag ich. Wie's schon evaluated wird so. Ja, klar. Wie schnell dreht er um? Reflexe wie ein Opa oder doch nicht? Das ist doch cool, wenn der keine Reflexe hat, dann ist GG. Das ist ein Floortank. Ich brauche keine Reflexe, wenn er am Boden liegt. Hahaha. Ich brauche keine Reflexe, wenn er am Boden liegt. Oh hell yeah. Schöne Aoi. Gefällt mir. Swim. Wir brauchen noch einen Blackmage. Franz. Ja, aber spielt dann, ähm... Irgendwas, ja. Oder spielt er beides? Heal und DPS. Ähm. Ich glaub, der wird sich danach richten, was gebraucht wird, aber... Reaper hat er ja nicht ziemlich gebraucht, nur noch mal. Gut. Ich geh noch zu leveln. Ich mag ihn. Auch als Reaper, weil er gut Damage macht und kriegt. Hahaha. Das kenn' du. True. Er hat auch von C geradet. In Corsalutrian. Na dann. Ey, ist alles so Junkie. Ja. Big Junkie. Junkie ist doch normal. Nimble und Junkie. Oh. Äh. Nella Power ist okay. 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 Und stirbt fast. Coward. Oh. Wie geil ist dieser Aoi, bitte? Aber nochmals. Oh. Was ist es? Bei mir ist er wieder vorbar. Ich habe wieder mal hier einmal die Möglichkeit. Achso Telegung ist nicht so Aufsellamente. Ich habe wieder30 kr芬. W-Ton rebelde keine Zeitnyattel physicists. Tasche jetzt trotzdem만히 soaaело sind. Wir wissen die letzten Jahre kleinen balloons, die wird性geküman 120-215 auf. Und dann die Ruhe nons sy judges hatfen. weiter ich fühl mich schlecht wenn wir das ohne selena machen aber gut whatever so nächstes fave die Sache ist jetzt schon nach vorne du bist gemetzel brrr hella du hängst fest ne ich schreib gerade achso bin super ich bin echt Ich habe eine Boss-Share-Schließkassette bekommen. Ah ja, die kann man ja wegen NPC aufmachen. 123 KEP, nice. Und allergische Steine. Sehr super. The fuck. So, nächster Band, easy, enough. Um dich weiter zu fördern, hat man dein Register für Verschollenes vergrößert. Du kannst nur mehr Verschollenkommandos einsetzen. So, Stufe 5 müssen wir werden und dann können wir die Quest annehmen. Und auf Charles warten, weil er immer noch reingekriegt ist. Ja, warten wir noch kurz. Er kommt eh noch. Go, Charles. Nella ist da oben, wo wir nicht hinkommen. Charles D. Laren Junior. Junior? Ja, tatsächlich. Okay? Mutta. Ähm. Master Hipster L.P. gibt den so einen Mob. Ich weiß nur, dass das Charles gut, äh, Koffer drauf ist. Ich mach mich auch. Hey, Mobuki jetzt, Alter. Guck es. Bunnyboy, baue mal auf, oder? Ja! Ja! Ja, für den, für den Tegel-Zahn. Wir können ja zum Einschwerben auch mal nehmen. Ich lass ihn mal einen, der ist auch level 3. Oh, der ist mit der Insight. Der Buffs are pretty good. Cool. Mor-Morg-Mir-Keridia. Keridia. Keridia. Drei von Spli. Nella raus! So. Was? Ich hab' gesagt, Nella raus. Der ist Elitist. So. Hab' ich in der Bild gelesen. Ja, sie hat meine Frage nicht beantwortet, aber... Lass sie immer drin. Cringe. Ist ja nicht im Weg. Ja. Ne vollere Gruppe sieht immer besser aus. Wir können bis zu 8 haben, also... Jupp. At some point... Ah, warte, ist Fade. We're fucking idiots. Schuf der 10. Nella, Nella. Okay, Mor-Rug-Mir. Mor-Rug-Mir. He's so fucking gone. Rage-Time. Vielleicht Level-A is up. He's gone. He's gone. Forever. Die machen das Fade schon, jetzt auf ihn warten können wir noch nicht. Ne. 25%. Argos, gib Gas, jawel. Du kannst nicht nochmal zu langsam sein. Fucking bird. Give me the experience. Nur wegen Argos ist die Welt untergegangen. Ah ja? Imagine. You're so competent. Fuck. Nooo. Wow. Wie schön waren die denn? Haha. Du hast Aqua am Arsch. Die rennen wir weg. Wow. So was das nächste Feld? Verfickte Scheiße, ey. Ich kann nicht glauben, dass ich so gekackt wurde. Castron. Castron. Want to buy fate? Wir wollen uns einfach in die Mitte stellen. Hier meinste? Ja. Alles killen, was hier rum steht nebenbei, bis das nächste spawnt. Da steht nichts rum. Ja, was fehltest du? Jawoll. Und dann... ...Caridian. Der Moorock. Ich halte doch ziemlich schlechtes Duel, ey. Ja, Dragoons laufen nicht. Die springen und sitzen. Springen aus dem Fenster, hab ich gehört. Ja, sehr oft. Das ist der Trademark-Move. Oh, dann bin ich ja das Trades vorbei. Ah, ich retz den mal eben. Oh, he died. Can you rest? Oder braucht man da diese Phoenix-Wedern für jemanden-Kick? Ne, ne, ich kann die ganzen mal resten. Das ist tatsächlich eine Dark-Light-Apilité, ja. Oh, wow. Wow. Was ist das? Was haben die denn noch 35 Mobs damit gemacht? Oh, wow. Oh, wow. Was haben die denn noch 35 Mobs am Arsch da vorne? Ja. Super. Jetzt krieg ich die ganze Agro von dem Scheiß. Nix. Deswegen bin ich ja da. Ah, stimmt der recht fix. Wow, ja, schon. Es sind auch viele Leute da, ne? Imagine not having a healer. Können wie mir. 500. Toto. Wir brauchen noch 1000 mehr. I would walk 600 Kilometer. Hey, Nella ist auch hier. Nella, Nella Futado. Disco-Kleberb ist auch hier. Ist Nella jetzt ein Bunny Girl oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist C gleich. Such-Kommentar ist, I have no friends. Oh, man. Hey, I can relate. Alles ein Folly loner, ja. I can relate. I have no friends. Fucking awesome. So. Nella Power. Welcher Schlüssel heißt da? Schließkassette. Mach mal auf den Dreck. Holoprisma Indigo Stern. Ach geil, der müllt mir mein Inventar zu. Ja, aber nice, der Sache. Wow, ja, aber wie die Sau. Oh mein Gott. Nella. Ich würde auch gerne wissen, was Nella ist. Aber er hat keine Freunde, deshalb bleibt er in der Gruppe. Ja, aber der ist doch hier. Nella ist der Gurk da oben oben. Ach so, ich dachte, er ist wieder bei uns. Oh, okay. Ja. Bin's denn wieder hochgelaufen. Da willst du mal Alliance Raid anfangen. Alliance Raid? Ja, er hat gerade den ersten Alliance Raid eingeschaltet. Mag ich's denn machen? Ja, eigentlich schon. Okay. Ich will aber einen Charles noch adden. Nur einen Charles? Ja und beide. Okay. Warum nicht? Ähm. Ähm. Gute Frage. Freunde. Was? Ah, der ist auf Omega. Deshalb. Ah. Oh, schade. Grip. Und dann mir auch. Nur Nella ist auf Google. Nella. Oh fuck Alter, will ich den Alliance Raid tanken. Oh fuck Alter, will ich den Alliance Raid tanken. Jetzt ziehen wir schon mal's gut. Ok. ja bis jetzt warst du das fate noch oder was ich dachte wir machen es noch ok gut ob ich es leuchten kann wenn ich nicht dabei bin sharing is caring communism is great not my body is our body it's not your body it's our body communism is great i love me morx and me angels soll ich dir den dann als krieger oder als denknet wie du möchtest hab ich eine wahl das ist ja crazy das ist ja unerwartet sonst werde ich hier immer zu Dingen forciert wir machen den ja nur damit er das freigespielt bekommt auch mal broscher hat weil er will ja auch noch ein paar klassen ich weiß nicht ob es genau genau no problem und dann sowas zack 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 kommen da durch ja nice reicht immer noch nicht also machen wir noch eins also machen wir noch eins bauen wir noch level 5 und dann ja raus jana klingt von dem fliech so wo guckt ihr rum? spriggern ist der andere dude gut siegfried wo bist du? siegfried kann ich dich eigentlich zum assistenten machen? siegfried siegfried ist von omega und der thomas northamster lad ihn mal nico dann thomas northamster da haben wir auch einen rein hier jawoll bont ist grad auf uns jup 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 tatsächlich wunderbar oh a germ oh das ist besser wer ist denn sowas oh hast du es zugesagt ja der thomas northammer nee der tanzen jup dendela tut mir leid ja weil er so lonely ist ja 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 dann könntest du ja slump lesen ja so doppelt lonely ja genau ja genau nice doppelt so, doppelt so lonely seid ihr da ja ich spiel doch im darken mit der technologie tschau wir brauchen mehr menschenmaterial freunde dich auch mit jemanden an und sie mit mit das das ist das ist nein nicht Diese Art Schaum-Listen hier. Sollte vielleicht doch den Medic was töten. Oh shit. Mechanics, dude. Au. Da ist jemand verreckt. Oh, fast. Nee, nee, der kann nicht. Nee? What the fuck? Da ist hier nichts von den Mechanics da. What's happening? Hashtag not my face. Not my face. Not my face. Ja, aber ich muss hier ricken, oder? Der Top-Guy ist hier. Ah, das ist ja den falschen Gerät. Charles, liebe! Was ist denn das für ein Soundtrack? Weiß ich nicht, aber der kommt schon häufig vor. Ups. Ach, das ist der vom Etho-Chemischen. Davor. Ein Beispiel. Jawohl, 500 Punkte. Jetzt haben wir's. Oh, noch ein Fade. Ich will wissen, was Nella ist. Wo ist denn das? Wo ist denn, Nella? Ah, da vorne. Jetzt kannst du's gleich herausfinden. Ja. Huran-Mensch. Sieht aus wie Raub an. Das Fade ist gleich vorbei. 33% haben sie erst. 40. Oh. Charles ist... Stuck somewhere. Ja. Ja. Braine Lake. So. Nella. What are you? Wo bist du? Wo bist du, Nella? Ah, ein Rögerdien. Ah. The worst. Wie kann man nur so lonely bist. Der Ungläubige, Nella. Okay. Gib mir oder her. Level mal noch ab und dann raus hier. Yes. Ich hoffe, die Territus freigeschalten. Hm? Das wär jetzt super funny gewesen. Wenn? Wenn's ein Bunny wär. Ja, das wär super. Ab-Bun-Bun. 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 But услick. Droppe. W, der Territ geht oder was? Ja, hoffentlich schalten wir den jetzt frei. Ach so. Guck. You're gonna run forever. Je länger du hier was machst, istо einfacher wird es leveln dann. Nice. Also, je mehr du frei schnalltest. Hm. Also, ist Mount Speed vor allem. Der bleibt dir dann bei anderen Shops auch erhalten. Achso. Boah, mein Graus, Rabbanastro zu checken, ich sag's dir. Ok. Kennt's den Raid doch schon nicht gut. Ich war da einmal drin mit dir. Zweimal. Einmal, einmal, einmal mit dir. Oh, das reicht doch, ne? Oh, dann ist dein Code-Tank zum ersten Mal drin, oder whatever. Geil. Oder die anderen zwei Code-Tanks. Ja. Code-Tanks, sorry. Never. Code-Tanks. Sie sind immer sehr experienced und du bist ein genauestens, was sie tun müssen. Weesh. Ja. It's true. Warrior oder Dank. I don't know. Mit Dank machst du noch ein paar EP und Warrior macht mir Spaß. Keine Ahnung. Ja. So. Warrior brauche ich auch EP. So ist das nett. So, Level 5. Harmonisieren. Geht das jetzt echt? Ja. Oh. Perfekt. Ich hab jetzt nichts vom Text gelesen, aber ist ja wurscht. Okay. Kein Ziel-Etherit vorhanden. Hä? You liar. Hast du dich aufgelevelt? Ja, bis zu Level 5. Ja, geht trotzdem nicht. Kein Ziel-Etherit vorhanden. Okay, egal. Raus hier. Oh, jetzt gibt er mir den Lied. Ne, äh, automatisch halt. Den ersten jetzt bekommen. Ja. So. Ach, hier sehe ich gerade noch eine Cutscene. Ja, mach mir das, ich habe. Ich fühle dich wieder. Oh, ja. Oh, ja. Ich wenigstens. hmm nahi nice Wer auch immer das hier reingemacht hat Good man Lahi? Ah, fühlt aus Ja Lahi Ok, kurz mal gucken was der Krieger so hat Bin ich zwar nicht so eingespielt, ah Ewa Ausrüstung 400er Oh, das ist sehr gut Ich habe richtig viele Steinchen zusammengekommen Für die Kreissäge gab es auch Ah Ah Warte, dann muss ich mir in Julemoor noch eine neue Axt rum Ah, ja Kann ja nicht mit so einer Klepp-Axt rumlaufen Nein Du heilst als Astro? Ja Uäh 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 Ich hab nicht mehr Ich habe kein Angst, dass es sich so ich habe, die Schmerzen hat dass ich mich zu mit dem ich habe, dass ich mich nicht mehr in der Schmerzen ein Schmerzen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bock? Hab ich die schon? Ja, dachte ich mir doch. Fast die Alexander-Karte verkauft. Mei oh mei mei. Firmament-Ausrüstung. Was war denn das? Hm? 210. Firmament-Droge. Ah! Ist das das ikonische Set für Astrologen mit dem Hexenhut? Ja cool, das hol ich mir jetzt. Das ist sehr cool. Das hab ich nur gesucht. Irgendjemand küsst dich. PogChim. What? Oh. What? Ja. Und dich auch. Skelly Magos. Das war die Friendslist. Nee. Das ist ne Aura mit ner Schlafmütze. Bist du irre? Picky. Fuckin große. Ja, of course. Nice. Sehr nice, sehr nice. Für mich gibt's nur Bunnies, Katzen und meine Chats. Bunnies, Katzen und meine Chats. Hm. Ich hab keine Ahnung mehr, wie der Krieger funktioniert. Nur glimmen. Lebensregeneration... Oh, der Food. Wo kaufst du Food immer? Beim, ähm... Grand Company Adler. Das gibt's stimmt hier auch. Stärkungen nachher des... Nadel. Antilopen-Gulasch. Pückenkäse. Für den Moment gut. Ja. Ach, Rumpf ist ja auch dabei. Okay, kein Koppel. Für den Moment oben. Für den Moment rein. Für den Moment einschneiden. Für den Moment einschneiden. Ja. Ist das in der letzten Reihe oder in der ersten? Äh... Du meinst von Rängen her, oder wie? Ja. Genau. In der zweiten oder in der dritten. Okay. Und w- Wer ist das, was du dir kaufst? Sesamkeks. Ne. Doch, Sesamkeks. Oder gibt's noch irgendwas? Echt die Kaiser-Semmel. Echt die Kaiser-Semmel. Fischsuppe, 10% HP. Das klingt doch gut. Absolut. Absolut. Über die, der falsche Töste was ersteles. Absolut. Das ist verkraft. Absolut. Aber nur noch. Absolut. Gτε россий. Absolut. Absolut. Ja geil Kennst doch das Set, das ich mein, oder? Nee Okay Das ist so ein Hexenhut mit vorne so einem Schleier Okay Zum Durchsichtigen, direkt der Zelt als Visier, also Da dachte ich mir kurz, warum ist der nicht dabei? Muss ich einfach das Visier runterklappen, dann ist der Flyer dabei, oder eben nicht Nice Der ist immer noch in den Videoskreis, das ist so übel Dauert halt seine Zeit Antiquidiert die Ver... What the fuck Das ist meine Axte, oh shit Mhm, mhm Das ist meine Axt Passt sogar zu meinem Mok-Poggers Der Mok-Speiern Moment, anwenden So, wo stehst du rum? Äh, wenn du selber aus dem Zimmer rauskommst, dann steh ich Achso Warte, Mann noch Habe So, zum einen möchte ich den Krieger spielen Zum anderen tankt gern die Aggro durch DPS-Clay Zum anderen... Aber irgendwie auch nicht, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie es funktioniert hier Hier Schnitt Das ist so gut. Hast du repariert? Okay. So. Ja, da. Ah, ah. Ja, sehr cool. Ja, ich auch. Der Hut ist noch ziemlich fett, aber... Ja? Ja, ist voll gut. Ich mag auch die Farben. Das ist schon edel. Oh? Ja. Was? Babybear. Oh Gott. Guck mal, der hat einen Zahnstocher als Waffe. Ja. Oh. Why is he looking at me? Stupid ass. Da, die fucking Weirdos. Jedes Mal, Bro. Mentor ist er auch noch. Babybear. Geh weg. Geh weg. Da ist er. Coward. Ja, hatte ich nicht mehr am Target. Gut. Thank God. Hm, Krieger. Ja. Vielleicht solltest du eine Sonnenbrille morgen. Äh, kennt dich keiner. Haha. Ich hab nur die, die Zwicker. Geh weg. Immer noch Cutscene, ha? Ähm. Ja. Total krass. Oh Gott. Vielleicht hat er aufgehört zu klicken. Und einen Schlaganfall. Na. Das gibt's doch nicht, ey. Kann sie ihn. Die roten Augen sind ja schon nice. Ja stimmt, ich hab rotleuchtende Augen. Nice. Hast du das noch gar nicht gemerkt, oder wie? Nö. What the fuck? Ja sorry, wenn ich das drücke, äh, dann... Dann schaust du deinen Rücken an, ja. Guck ich, guck ich nicht, ob meine Augen rot leuchten. Cool. Das heißt, ich kaufe Bitcoin. Rote Laseraugen sind nämlich pro Bitcoin. Ah. Nice. Worry halt ist. Das war schon der nächste Weirdo. Fall ihn nicht an. Er hat mich nicht im Target. Haha, zu spät. Er hatte dich im Target, ne. Aber, jetzt? Er hat Babybel im Target. Ja, sei. Ey. Ja, gut. Glückgeld. Ach du scheiße. Oh my god. Oh my god. Gotta go. So. The fucking corner. Aber die ist nice. Devil. Devil fruits. Das ist so, dass wenn, mit der Pose, wenn man die richtige Hose anhat, dass die Hände dann in Hosentaschen stecken. Ja. Das ist echt, das ist echt cool. Deswegen sind Mikote Emotes und die Pose ist eigentlich fast die beste im Game. Ach, das macht deine gar nicht? Nee. Genau wie die Hände in den Kopf legen, das machen auch noch Mikote. Ist das so? Mhm. Oh Gott, wo ist es denn? Ja, was machen deine dann? Gar nichts. E-Pose oder wie? Ja? Oder was ist denn das? Das ist, äh, C-Pose. Ja. Ach du scheiße, was machen die da? Ja. Cringe. Kämpf mal 45 Minuten gegen deinen Heiler. Bitch. Mindestens 45 Minuten. Da war ich auch kaputt danach. Ja, das war echt anstrengend. Daenerys? Da vorne. Jo. 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 Wuh, das ist eine Aura. Krass. Haha. Ah. Genau, wo ich nachgucken wollte. Nein. Wrong. Äh. This way. Und dann... Da hin und... Oh, was hat denn der Raid für ein Item Requirement? Oh, gute Frage. So, Blat. Habanastre. 305. 305. 305. Ja. Ähm. Ja. Genau. Das hab ich als Denk Knight glaub ich gar nicht. Kannst dir nichts mehr kaufen? What do I? Warte mal. Pfff. Ja doch, ich bin bei 385. Scheiß Gelabe hier. Das wird dann runtergesetzt auf. Ah, hier sind doch sehr viele Kaffeeleute, die am Marktbrill rumstehen. Interesting. Ach, die FC. Ja. Ich bin absoluter Fan hiervon geworden. I like it. Und ich find's schade, dass hier nicht so viele Leute sind. Hm. Denk Knight? Oder Krieger? That's a good question. Oh, Gott. Oh, Gott. Haha, haha, haha. What? Oh, Gott. Ich bin gemütlich. Ich bin gemütlich. Das war klang. Ich bin gemütlich. Ich bin gemütlich. oh mein gott also sobald du dich da hinsetzt ich weiß ich habe keine ahnung wo dieser lalafell jetzt her kamen but they know they know what they know that you're here the moment you enter the gates someone comes it follows you beim kaffeehaus und bieten sie dir was an oder ich habe gesagt ich warte auf jemanden hat sich wieder verpisst ich warte eigentlich nur bis der raid angeht ah hier sieht man wie alles online ist interesting it get floridian und wo gammelst du rum beim marktbretball in seinem haus ich denke ich anschauen was sie alles hochgelabelt hat ja ja bei untersuchen normalerweise es gab doch mal die option profil anzeigen steht da vorne bei dir ja das ist wenn nur wenn die mit dir in der gruppe ist ich schaue sie sofort wieder an natürlich erst mal den shop wechseln achso ja dann kann ich hol auf mir einen plöpp absolut verständlich der nachtstall großschwert ich glaube throwing Curses und Undercutters what ja es ist marktgelaber ah Undercutters verstehe ich okay die ist ein sprout okay ja die ist schon ewig dabei aber die levelt halt nicht also das nachtstall großschwert sieht schon geil aus schwarz rot nacht bei den gang knights mhm unloved sieht gut aus wie teuer ist das 3800 ja schnäppchen alter ist gut einer dieser Undercutter was trinkt die denn da also das ist ja mal nicht was ist ein samurai oder wie drin sind erhaft hier ja okay ja okay kinder cool mhm Fronterlebnis hm mach ich jetzt damit wegschmeißen wenn man es einmal hat dann kann man es ja nicht mehr nehmen und verkaufen kann man es auch nicht ok oder traden kann ja warum soll ich es traden boah die axes sind ja mal voll scheiße ok die biakko axt oder i'm not amused oh hartes axt mighty hartes seelen axt rie axt ooooh 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 paladin rüstzeug des rades ne äh modifiziertes tumosis heißt das die axt modifiziertes tumosis das schwert tumosis mit th ja aber ohne bindestrich yes doch das schwert oh ja schwierig 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 ooooh 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 ja jeder wie er es verdient ne mag ich das oder mag ich den pelz mehr ich mag den pelz eigentlich mehr aber das schwert ist nicht so nice nur als zucker ne ich kauf mir jetzt das ding für 3800 brim projizieren nachtstahl bamm bamm oh hell yeah much better bamm bapp w w w w Oh, jetzt geht's los. Er wurde in Chance ziemlich harassed von 100 Leuten. Oh. Denen ging es zäh voran. Harassment. Bist du ready? Ja. Charakterlich nein? Charakterlich seelisch nein, ja. Nein, ja genau. Also Denkneid, ja. 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 Hilft dir nichts. Ich habe nämlich die Befürchtung, mit dem Krieger würde ich in Gruppe A landen. Ja. 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 Kann man eigentlich als Doppeltank überhaupt anmelden? Geht ja gar nicht. Sonst würdest du ja in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Wenn das passiert, so guck ich nicht. Ah, fuck. Ich glaube nicht, dass das dann blockiert, sodass du gar nicht erst anmelden kannst. Dann wirst du halt aufgeteilt, ne? Oh, fuck. Was ist los? Ich bin nervös. Warum? Keine Sau kennt dich da. Mein Tank ist Stressfulles. Und ich will nicht verkacken. I hate to verkack. Aber das ist ja nur ein Alliance-Raid. Da bildet jeder Spacko an. Aber es ist das Rabanass-Treffen. Ja, nur der erste Teil. Ja, den Mathe-Boss wurde ich elendig verkacken. Ist der schon dabei beim ersten? Ne, der kommt beim zweiten. Ah, ja. Okay. Der Mathe-Boss. Ist doch nur durch irgendwas teilbar. Ja. 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 Weil das Teilbar durch so und so viel, dann stellt sich da rein. Wow. Durch mein Arschloch ist der Teilbar. Aber ein Arschloch ist eine Primzahl, oder? Ja. Nur durch eins teilbar. Durch eins und durch sich selber. Ah, Mann. Ja. Ah. Fuck. There we go. Toll, ey. Hätte jetzt schon eine Stunde schon im Bett liegen können. Fuck. Holly? Oh, Rabanass? Ja. Musst er nicht mitkommen. Fuck. Ja, true. Hättest man das nicht vor fünf Minuten sagen können? Scheiße. Nee, ich dachte, du kommst selber drauf. Haha. Oh, 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 oh. Ocho. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. 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 Vielen Dank. Ich habe schwarze Schokobus-Karten gegeben. Pass. Ich habe schwarze Schokobus-Karten gegeben. 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 Oh, fuck. Yeah, come on. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Okay. What? 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 Ich hab ihn mit ihm geholfen. Ich hab ihn mit ihm geholfen. Shit ass. Oh, Lever. Woah. Geht's ab ab hier. Ja, woi. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist Techmarker. Ja, super. Beide zusammen. Äh, das wird fett gemeint. Ja. Wir müssen den Mudball dahinter finden. Ja, genau. Bestimmt. Das gibt's noch nicht. Äh, danke. Falls das Absicht ist. Hm? Dass du schimmst. Nee, wir haben keine Absicht. Nee, okay. Makes me feel not ass shit. Da ist doch hier noch nix verkackt. Äh, ich weiß nicht. Landverwüster. The fuck is this. Zauber Damage, okay. 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 Das war. Das war. Oh mein Gott! Oh shit. Oh. Amical ohne Boss so ein Problem ist. Was ist das denn jetzt? Herzstöße. Äh, ich krieg jetzt gleich Fat Damage und Verrägern wahrscheinlich. Okay, gut, danke. Nice go. Was ist denn shit los, ey? Der ist echt scheiße, ja. Der ist auf der beschissensten Element in Raid. Fuck, fuck, fuck. Was geht jetzt sonst noch ab? Oh no. Deckmarker. Bitte nicht zusammen. Bitte nicht, bitte nicht zusammen auseinander. Oh, da sterben sie, Lala-Feld. Okay. Oh my god. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Let's get you down for the damage. Thanks. Fuck him up. Was ist das so cool? Dann kommen wir nicht zu dir hin. Okay. Oh fuck. Thank fuck. Der Boss ist ja nur noch Cancel. Hat schon Spaß gemacht. Oh no, drei Mobs. No bueno. So Boys, ich kann nicht alle drei tanken. Also irgendwas müsst ihr jetzt auch machen. Ja, Arschwixer. Jetzt hätte ich gern Heal Meter gehabt. Um mich darin aufzukeilen. Ja, gib mir den Schatten hier. Ich will keine Gegner. Deiner hat Akku und rennt möglichst schnell von Tanks weg. Das ist wie in Wahrheit. Atem des Löwen. Ist das da vorne bei der Chimere? Ja. Ich stelle mir das drachen. Das ist ein Kick. ... Easy Kick. F***** Palladyscrack. Moderna? Ja klar. Spackel. Ey, dummer Lala-Feld, oh du... So. Ah, Mann. Oh Gott, der Endboss mit der Fratze. Scheiße. Der Endboss mit der Fratze. Ja, wo das Gesicht kommt. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ah, endlich. Ich werde geteilt, danke. Fuckin' Trash-Tanks. I hope you die. I hope you die. Gab's doch mal so'n Song. Bestimmt nicht nur einen. Ne, einen, der im Radio lief. Was? Aber der hieß nicht, I hope you die, aber irgendwie sowas. I hope you... Why? Whatever. Ich höre kein Radio. Dann ist es kalt. Ist der nahende Tod. Ja. Ja. Thank God. Finally. Siehst du einen Atompilz am Horizont? Ne, leider nicht. Shit. Ich freu mich aber drauf. Ja. Ja, hier zuerst. Jetzt ist er bis zum Hebel drücken. So. Haha. Das ist sehr weird, wenn man ein langes Kleid hat und dann gegen die Strömung runtergedrückt wird. Das ist sehr überzeugend. Oh. Fuck. No. Do you remember? Kind of. Äh, bei Preach war das... Was war da? Gab's da diese Waffen? Und da sind Bolle im Kopf? Ich weiß nicht. Oh, nice. 10 km. Oh. Please do damage. Was mein Zwick? Oh. Oh. What now? Der Boss dreht sich immer mal wieder zu mir. Das heißt... Akku ist close. Der fucking Revolver-Kling-Spacko-is-trash. Der Drambeln. Noch nicht gut. I like it. Drifted here. Hehehe. Der war das. Drifted. Drifted drifted. Oh no. Oh, motherfucker. Reihenfolge? Ah, fucked. Oh. Oh, das ist ein Tankbuster. Ja, boah, jetzt habe ich wieder irgendwas. Super. Toll. Du fucking... Cacken, Alter. Du Spacko, du und beide ganze Carden. He Sollen wir jetzt rein oder nicht? Ja, I guess Ja Ja, okay Warte, du fucking Bombo, Alter Fuhlst du hier rum, Spackle Oh, do something Puh, Pinkelweil zu hier Schauen wir mal, ob ich die Ajo wieder kenne Sind das Soakflächen oder nicht? Probably Nope, sind das nicht Das sind Fesseln Dann bist du gepickt Aber no problem Gut getimed Ich hab nicht daran gedacht, dass sowas sowas wie auch mal kenne wird, ne? Motherfucker Das ist ja jetzt schweig Super Ja, danke Oh shit Der fucking Fahler hat mich gefickt, Alter Sind die Falle rein? Ja genau, ich bin auch in die Fessel rein Shit Ja, super Ja, super Ja, super Das war einfach Hehehe Hau, Hau, Hau Geht's? Du musst die Kreise aktivieren. Ah. Dick. Aua. Wow. Wow. Shit shit. Motherfucker. No. Nicht in die Falle. Nein. Mann. Ich will doch nicht retten hier. Verholt ihr? Jawohl. Krippel-Mädchen. Fluges Gelöbnis. Ja. Motherfucker. Unterkrieg. LB-3 haben wir. Super, kein Tank mehr da aus dem hier, motherfucker. Shit. Oh, Tankless. Oh, 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 oh. Oh my God. Der erste Teil von der Welt ist richtig 24 M vegana, oder? Also ich hab Spaß Na dann War es noch nicht mal Oh Gott, das ist stressvoll Das ist der Film mit den Schwertern Das ist echt brutal Unsere Gruppe hat gerade mal fett gecarried Ich finde es ein bisschen erneuer, wenn sie dann Übelst rumspamen LB 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 Aber du nicht einfach stehen bleiben kannst Du während dem LB-Kasten verreckst Weil du in Mechanics drin stehen wirst Jetzt muss man ein bisschen warten Bis die Gelegenheit passt Das ist echt ein Arsch Bestecken wir nicht Wie hat der Typ noch mal funktioniert? Ja, da kamen diese komischen Symbole Keine Ahnung Ja genau Was sie bedeuten Jetzt mal schauen ob ich jetzt den Pultip schnell genug gelesen Zeig dir mal einen Waren Gott Jetzt kommt blau Okay Blau ist, don't look at him I guess Okay, I did it I'm a genius Ich hab ihn angeschaut mit Blau Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nicht daran ziehen, okay 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 Oh well Okay Okay Und ich mach das Okay Und ich hab da Hey, ich hab da Ich hab da Okay Nerviges geschmeiß Ja, meine Mitspiele Nichts gestalt, okay, sieht nach kaputt worden aus Ja, meine Mitspiele 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 Ich glaube, er muss sich bewegen und ihn anschauen Ja, meine Mitspiele 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 Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Das ist ein Wartenspann, das ist ein Wartenspann. Ja, muss sich bewegen. Genius. Kleinfeld, Mario. Yes. I finally understood something. Oh, GG. GG. Agath Tadalphus gerade. Oh, mein Gott. Oh, okay. Das war's für heute. Ich kann nicht flüstern in der Gruppe. Ich kann nicht flüstern. Ich kann nicht flüstern. Ach, jetzt ist ja wieder eine Cutscene. Der Raid ist so übel, wenn es um Cutscene geht. Du gehst ins Bett, ne? Ja. War sehr anstrengend. Aber auch funny. Es war... Es war aber gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hab als Tank. Du warst eh der beste Tank da. Kann man machen. Ich sag doch, da sind nur Trash-Leute unterwegs. Das hat meine Erwartungen noch untertroffen. Wahnsinn. Furchtbar. Jetzt noch ein bisschen chillen. Mal ab ins Bett. Gott. Mal ab. 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 Der Medusa, der Medusa, was ist kein Problem? Normal nicht. Aber, naja, das sind wir auch schon länger gegangen. Ja, weil Leute Idiot sind.